Ein Hedgefonds, ein Fonds, man kann Geld anlegen, was soll das sein? In der Zeit ist alles risikoreich, ich würde nicht anlegen. Das ist auf jeden Fall ein Finanzinstrument, das hoch spekulativ ist, wo man auf irgendwelche Wahrscheinlichkeiten spekuliert. Hedgefonds sind private Kollektivanlagen. Als Investoren treten finanziell versierte Anleger auf. Beispielsweise vermögende Privatpersonen oder institutionelle Anleger. Bei einer Investition wird ein Anteil am Hedgefund erworben. Weil Hedgefonds nicht öffentlich sind, sind sie nur wenig reguliert. Hedgefundmanager verfügen über eine hohe Flexibilität bei der Wahl der Anlagestrategien, Klassen und Instrumente. Sie können beispielsweise Leerverkäufe tätigen oder Geschäfte mit Derivaten eingehen. Frau Professorin Gibson-Brandon, Hedgefonds seien Heuschrecken, hört man immer wieder. Woher stammt dieses negative Bild? Also dieses negative Bild ist mit spezifischen Hedgefonds-Strategien verbunden, wie zum Beispiel die Dedicated Short Buys Hedgefonds, die Leerverkäufe machen, um den Aktienpreis zu tiefer zu machen. Und damit ist manchmal ein negatives Bild. Aber solche Strategien können vernünftig sein, zum Beispiel wenn der Kurs höher als der fundamentale Wert der Gesellschaft steht. Können Hedgefonds auch eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen? Also meisten Hedgefonds bieten keine Gefahr für die Finanzmarktstabilität, aber es gibt so Ausnahmen wie zum Beispiel Long Term Capital Management. Dieser Hedgefund hatte im August 1998 eine Hebelwirkung von circa 26 und 4,5 Milliarden Verlusten. Er musste gerettet werden durch die Fed und 13 Banken, damit die Finanzstabilität garantiert ist. Kann ich als privater Anleger in Hedgefonds investieren? Ja, jetzt können Sie es machen. Es gibt einen kleinen Markt für sogenannte Hedgefonds Lights. Er ist reguliert, um diese kleinen Privatanleger zu schützen. Er bietet beschränkte Hebelwirkung und häufigere Erlosungszeiten. Die Kosten, um in diese Hedgefonds zu investieren, sind noch sehr hoch für die privaten Anleger. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kosten, um die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne oder die Schöne, die Schöne, die Schöne. Vielen Dank.